Vielen Dank, dass Sie sich für Nikoblock entschieden haben. Mit diesem Produkt können Sie Ihre persönliche Geschwindigkeit vorgeben, um das Rauchen in den Griff zu bekommen. Nikoblock eliminiert bei herkömmlichen Filterzigaretten bis zu 99 Prozent Teer und Nikotin, ohne den Geschmack oder Genuss beim Rauchen merkbar zu beeinflussen. Nikoblock ist das Ergebnis mehr als zehnjähriger Forschungs- und Entwicklungsarbeit und ein wichtiger Faktor besteht darin, dass die Inhaltsstoffe der Nikoblock-Flüssigkeit zu 100 Prozent Lebensmittelqualität aufweisen und kein Nikotin oder sonstige Medikamente enthalten sind. Die Nikoblock-Flüssigkeit wird folgendermaßen auf der Zigarette aufgebracht. Erstens, öffnen Sie den Verschluss der Flasche und kerben Sie mit dem Flaschenausguss den Filter der Zigarette ein. Zweitens, drücken Sie vorsichtig einen Tropfen der Nikoblock-Flüssigkeit in den Filter. Drittens, verteilen Sie die Flüssigkeit mit dem Flaschenausguss über die gesamte Fläche des Filters. Viertens, drücken Sie den Filter einige Male zusammen. Dadurch wird die Flüssigkeit besser absorbiert. Und fünftens, zünden Sie die Zigarette an und machen Sie einen tiefen ersten Zug. Rauchen Sie dann den Rest der Zigarette wie gewohnt. Um mit der Nikoblock-Flüssigkeit optimale Ergebnisse zu erzielen, wird die folgende Vorgehensweise empfohlen. Verwenden Sie in der ersten Woche einen Tropfen der Nikoblock-Flüssigkeit für jede gerauchte Zigarette. Durch einen Tropfen werden bis zu 33% Teer und Nikotin eliminiert. Verwenden Sie in der zweiten Woche zwei Tropfen der Nikoblock-Flüssigkeit für jede gerauchte Zigarette. Unmittelbar vor dem K2-Tropfen werden bis zu 66% Teer und Nikotin eliminiert. Verwenden Sie dann ab der dritten Woche drei Tropfen der Nikoblock-Flüssigkeit für jede gerauchte Zigarette. Durch drei Tropfen werden bis zu 99% Teer und Nikotin eliminiert. Beachten Sie, beim Auftragen von zwei oder drei Tropfen, also in der zweiten beziehungsweise ab der dritten Woche, dass dieser Vorgang besser zwei- oder dreimal wiederholt werden sollte, anstatt einmal Tropfen von zwei- oder dreifacher Größe aufzutragen. Mit Nikoblock werden Sie in einem schrittweisen Prozess von Ihrer Nikotinabhängigkeit befreit, ohne dass dabei ein zusätzliches Verlangen nach mehr Zigaretten hervorgerufen wird. Während der Verwendung dieses Produkts ist es wichtig, dass Sie Nikoblock auf alle Zigaretten auftragen, da andererseits die von Ihrem Körper erforderte Menge an Nikotin wieder ansteigt. Eine zweijährige Studie mit mehr als 800 Rauchern hat ergeben, dass sich die folgende Strategie für die meisten Raucher als bequemes Verfahren zur Reduzierung der Nikotinabhängigkeit eignet. Sie können gerne eine langsamere Geschwindigkeit wählen, ein schnelleres Vorgehen ist jedoch auf keinen Fall zu empfehlen. Ihr Körper benötigt eine gewisse Zeit, um sich an die reduzierte Menge an Nikotin zu gewöhnen und dadurch werden die bekannten Entzugserscheinungen vermieden, die häufig mit einer zu schnellen Reduzierung der Nikotinaufnahme einhergehen. Versuchen Sie ausgehend von Ihrer durchschnittlichen Ration an Zigaretten pro Tag, zum Beispiel 20 Zigaretten, diese Anzahl mit Hilfe eines Tropfens Nikoblock bis zum Ende der ersten Woche um ein Fünftel, in unserem Beispiel also auf 16 Zigaretten, zu reduzieren. Verwenden Sie danach zwei Tropfen Nikoblock und versuchen Sie, die Anzahl an Zigaretten bis zum Ende der zweiten Woche um ein Viertel, in unserem Beispiel also auf 12 Zigaretten, zu reduzieren. Verwenden Sie anschließend drei Tropfen Nikoblock und versuchen Sie, die Anzahl an Zigaretten bis zum Ende der dritten Woche um ein Drittel, in unserem Beispiel also auf 8 Zigaretten, zu reduzieren. Verwenden Sie in der Folge weiterhin drei Tropfen Nikoblock und versuchen Sie, die Anzahl an Zigaretten bis zum Ende der vierten Woche um die Hälfte, in unserem Beispiel also auf 4 Zigaretten, zu reduzieren. Behalten Sie die Menge von drei Tropfen in den folgenden Wochen bei und reduzieren Sie die Anzahl an Zigaretten bis zum Ende jeder Woche jeweils um die Hälfte, bis Sie schließlich nur noch ein paar Zigaretten pro Tag rauchen. An diesem Punkt ist Ihr Körper an die Aufnahme von nur noch einem Prozent der vorherigen Nikotinmenge gewöhnt und vielen Rauchern fällt es leicht, an dieser Stelle ganz mit dem Rauchen aufzuhören. Auf unserer Website steht ein einfach zu bedienender Rechner, die sogenannte Wien-Machine, zur Verfügung, mit der Sie Ihre Tagesration auf der Grundlage Ihres tatsächlichen Rauchverhaltens berechnen können. Auf der Rückseite des Nikoblock-Informationshefts finden Sie zudem eine Tagestabelle, in die Sie Ihre Fortschritte eintragen können. Dies dient Ihnen zur Motivation, um vom Rauchen loszukommen. Ausführliche Informationen zu Nikoblock finden Sie auf unserer Website unter www.nikoblock.com Untertitelung des ZDF, 2020 Grat bundle di Sayang auf der Üben und unten dass die Hälfte jesint telefilleurs destacat werden. Untertitelung des ZDF, 2020 Verscherlich Vielen Dank.